Die 236. Division war ein Großverband der Preußischen Armee im Verbund des Deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg. Gliederung 4. Eskatron Schleswig-Holsteinisches Dragona Regiment Nr. 13. Artillerie Kommandeur Nr. 236 Erste Westfäle Schissfeld Artillerie Regiment Nr. 7. Pionierbataillon Nr. 236 Divisions Nachrichten Kommandeur Nr. 236 Geschichte Die Division wurde am 16. Januar 1917 gebildet und im Kriegsverlauf ausschließlich an der Westfront eingesetzt. Gefechtskalender 1917 11. April bis 7. Mai Kämpfe vor der Siegfriedfront 08 bis 20. Mai Frühjahrsschlacht bei Arons 21. Mai bis 2. September Stellungskämpfe in Flandern und Atwar 03 bis 28. September Schlacht in Flandern 29. September bis 31. Dezember Stellungskämpfe in Flandern und Atwar 1918 01 bis 31. Januar Stellungskämpfe in Flandern und Atwar 1. Februar bis 20. März Stellungskämpfe im Atwar und Aufmarsch zur großen Schlacht in Frankreich 21. März bis 1. April Große Schlacht in Frankreich 21. bis 23. März Durchbruchsschlacht Mont-Chicombe 28. März Angriff an der Skappe Erstürmung von Neuville-Vitasse 01 bis 15. April Stellungskrieg in Flandern 16. bis 29. April Kämpfe im Weitschete-Bosgen 30. April bis 23. Juni Stellungskrieg in Flandern 23. Juni bis 22. Juli Grenzschutz an der belgisch-holländischen Grenze 23. Juli bis 18. September Stellungskrieg in Flandern 28. August bis 4. September Kämpfe vor der Front übern La Basse 18. bis 26. September Stellungskämpfe in der Wövre-Ebene und westlich der Mosel 26. September bis 11. November Abwehrschlacht in der Champagne 4. und an der Mars 26. September bis 1. und 30. Oktober Abwehrkämpfe zwischen Argonen und Mars ab 12. November Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat Kommandeure